Hallo liebe Schnuffelhasen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Daniel, dein Lieblingsbroster mit Herz und ich heiße dich willkommen hier zu Love Fool. Es gibt heute eine Doppelfolge. Ehrlicherweise habe ich gerade gar nicht drauf, welche beiden Folgen ich kommentiere. Gucken wir doch mal, was zuletzt hochgeladen wurde. Ehrlicherweise 5, weil die letzte, die da war. Das bedeutet, wir reden heute über 6 und über 7. Ich freue mich, dass du da bist. Ich finde das Licht gerade irgendwie grauenvoll. Oh mein Gott. Das liegt alles daran, dass ich eine Brille trage, aber wir gehen da zusammen durch, okay? Gerstenkorn will nicht so richtig gehen. Guck mal, ist immer noch da. Ist on fleek, ey. Dauert jetzt über eine Woche. Also, was möchte ich heute mit dir besprechen? Heute geht es auch so um das Thema im Vorgeplänkel, okay? Wir haben jetzt erstmal Vorgeplänkel. Aussehen, Unsicherheiten, Insecurities, Therapeutin. Das sind meine Stichworte. Ich bin heute wieder zur Therapie gegangen und es war auch das allererste Mal, seitdem ich meinen Ex da im Kletterpark getroffen habe. Und ich habe ihr dann heute davon berichtet, meiner Lieblingstherapeutin, und sie war fürchterlich stolz. Und sie hat mich einfach nur angeguckt und ich habe es in ihrem Gesicht gesehen. Sie war einfach voller Stolz. Und als ich fertig war, hat sie nur gesagt, ich habe ihr gerade so eine Gänsehaut. Sie haben alles richtig gemacht. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr schön, heute mit ihr darüber geredet zu haben, weil ich mich da wieder klar abgrenzen konnte. Und sie sich auch freut für mich, dass ich damit so das Kapitel einfach schließen konnte. Und es hat sich einfach wundervoll angefühlt. Und was sich außerdem noch wundervoll anfühlt, liebe Leute, ist das, was ich gerade erlebe. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber jetzt mal so die Männer unter uns, aber auch die Frauen. Ihr habt neuen Haarschnitt oder ihr probiert irgendwas Neues. So, bei Männern können das auch so Körperhaare sein, neuer Bartschnitt, bei Frauen neue Haarfarbe, neuer Haarschnitt etc. Und auf einmal seid ihr so completely aus eurer Comfortzone. Kennt ihr das? So, ich hatte das mein ganzes Leben lang mit vielen Dingen. Also, zum Beispiel habe ich mich nie getraut, meinen Bart abzumachen, weil ich dachte, ich sehe dann aus wie ein Lollikopf. Weil ich als Schüler, als Kind Lollikopf immer genannt wurde. Dann habe ich immer gedacht, ich würde fett aussehen. Dann habe ich letztes Jahr, als ich noch mit meinem Ex zusammen war, auch irgendwas gewagt, ne. Und hatte mir den dann abrasiert und dann hat er mich entsetzt angeguckt und meinte, so geht gar nicht, sieht richtig scheiße aus. So, und dann wollte ich einfach nur noch sterben. Ne, habe dann so schnell es ging, geguckt, dass dieser Bart wieder nachwächst, damit der mich mag. Und das Schlimmste überhaupt, was ich so erinnere, was das Aussehen auch noch angeht in Verbindung mit einem Partner, ist letztes Jahr habe ich diesen Nagellack. Jetzt habe ich ihn hier, da und da. Den hatte ich an allen Fingern. Erinnert ihr euch noch? Da war ich in Alicante. Und ich habe diesen Nagellack voll gefeiert. So, ich mochte den richtig gerne. Und dann habe ich in meinem Freund, meinem Ex-Freund, in einem Facetune, nee, Facetune ist was anderes, ne. Facetime. Facetime-Call hat er die dann halt so gesehen und meinte halt so, was ist das? Und dann habe ich nur gesagt, ja, ich habe mir die Nagellackiert und, beziehungsweise lackieren lassen. Katja hatte mir die lackiert. Und dann hatte er halt nicht gesagt, dass er das geil findet. Und wisst ihr, was ich dann brauchte? Ich brauchte sofort Aceton, um diesen Nagellack zu entfernen, weil ich keinen Zuspruch bekommen habe von meinem damaligen Partner. Ganz, ganz übel. Dann hatte ich die sauber gemacht und habe ihm dann die Nägel gezeigt. Und dann meinte der nur so, hä, ich fand das gar nicht schlimm. So, also nicht wegen mir. Und ich dachte nur so, oh mein Gott, aber er fand es auch nicht gut. Also so richtig unsicher. Und was ich dann zum Beispiel auch habe, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Aber ich denke immer, also ich mag meine Körperbehaarung, aber ich denke immer oder dachte immer, ich müsste was damit kaschieren. Narben oder meinen Bauch. Weil ich hatte ja eine misslungene Fettabsorgung vor zehn Jahren. Und die habe ich ja jetzt korrigieren lassen. Und dann habe ich die Haare immer behalten, weil ich auch so dachte, ja, das kannst du niemandem zeigen. Einmal habe ich mir als Jugendlicher die Beine rasiert. Und ich habe, also die drei Wochen oder vier Wochen, bis die wieder da waren, waren für mich die schlimmsten in meinem Leben. Ich habe mich komplett infrage gestellt und komplett irgendwie unsicher gefühlt. Und jetzt habe ich ja mir hier ein Tattoo machen lassen. Einen Löwen. Guck mal, warte mal. Was soll ich euch denn mal zeigen? Seht ihr den? So, und dann war das hier nun alles rasiert. Und dann habe ich mir jetzt gedacht, ich resiere mir einfach die Beine. Also ich habe mir gestern dann einfach mit der Maschine alles auf Null gemacht. So einmal den kompletten Körper. Ich finde auch hier, man sieht die Tattoos jetzt viel besser. Ich weiß nicht, ob ich es so behalten werde. Aber das Schöne ist die Erfahrung, dass ich jetzt mich wohlfühle. Also, ja, man sieht mehr Dellen, Narben. Zum Beispiel sieht man hier voll meine OP-Narbe von einem Knie. Guck mal, krass, ne? So, aber ich fühle mich insofern so wohl mit mir, dass ich mir so denke, ja, aber das bist du. Und das ist dein Körper. Und ob da jetzt die Haare drauf sind oder nicht oder du einen Bart hast oder nicht oder whatsoever, das ist so egal. Also ich habe gerade wirklich von Tag zu Tag immer mehr Liebe, die einfach wächst zu mir selbst. Und das ist wirklich richtig, richtig toll. Ansonsten, ja, die Wohnung geht voran. Ich war heute im Küchenstudio und habe mir eine Küche planen lassen. Und ich freue mich einfach. Ich kann kaum abwarten, dass das losgeht. Und ich habe dann auch eine Überraschung für euch, weil in meinem Esszimmer wird es die Foto Schnuffelhasenwand geben. Ich habe auch den E-Mail-Account aufgemacht, wo ihr mir das ja alle hingeschickt habt. Und habe geguckt, ob das noch alles aktiv ist, ist noch da. Und ich werde es ganz simpel machen. Ich habe da eine Wand. Das wird hinter meinem Esszimmer sein. Da werden alle eure Fotos sein. Ich hoffe, die passen da alle drauf. Aber ich werde einfach so kleine Polaroids nehmen und das einfach an die Wand kleistern. Und dann werden da alle eure Fotos sein. Und da freue ich mich riesig drauf. Und seht ihr, das ist der Grund, wieso es diese Wand hier niemals gab. Weil ich fliege hier raus. Diese Wohnung bleibt nicht meine Wohnung. Sondern ich ziehe in ein anderes Zuhause ein. Und da kommen die Schnuffelhasen an die Wand. Okay? So. Und da gehen die auch nicht mehr runter. Verstanden? Und ja. So viel dazu. Also, falls du neu bist auf meinem Kanal, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du ein Schnuffelhase werden möchtest. Es tritt diese wundervolle Community bei. Werde ein Teil von uns. Klicke auf Abonnieren. Sei kein schneller Zuschauer. Aktiviere die Glocke. Und gehe gerne rüber zu Instagram. Und hast du eigentlich auch schon die neue Folge Trashologie gehört? Meinen neuen Podcast. Also so neu ist das jetzt nicht mehr. Mit Pia K. Bitch. Ja, da ist auch die neue Folge online. Luscha da mal rein. Ich habe ihn dir jetzt auch mal unten hier verlinkt. Und nun, let's go. Loveful und viele weitere tolle Formate kannst du gucken auf RTL Plus. Dafür brauchst du eine RTL Plus Premium-Mitgliedschaft. Und die bekommst du über mich vergünstigt. Alles, was du dazu brauchst, findest du unten in der Infobox. Da gibt es auch einen Rabattcode für mich. Für dich. Da heißt Daniel50. Und über diesen bekommst du den zweiten und den dritten Monat mit 50% rabattiert. Nachdem der erste Monat kostenfrei ist. Und das Ganze monatlich kündbar ist. Und es da so geilen Shit gibt, dass du da nie wieder weg willst. Okay? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Leute haben Gesicht verloren. Mein Gott. Ja, was soll man tun? Wir haben zwei Lover. Das bedeutet, die haben ein bisschen dumm gespielt. Jeder schaut jetzt nochmal zwei, dreimal intensiver hin und hört intensiver zu. Die nicht mit dem Strom mitschwimmen, Grüppchen bilden. Er ist halt so ein kleiner Blender. Also er selber ist ja ein Faker und macht jetzt hier nochmal auf Ansage. Leute, das sind die Dinge, auf die wir alle achten müssen, damit ich als Lügner gewinne. Ich habe echt viel mit Tim gesprochen. Mich können wenige Dinge filmen. Die reden halt über den, der quasi als Faker für einen Faker gehalten wurde, aber als keiner ist. Der ist einfach zu doof fürs Flirten, ne? Der hat nie gelernt, wie man richtig flirte. Deswegen hat er so reingeschissen und alle haben gedacht, das muss ein vergebener Mann sein. Oh nein. Jetzt haben die beiden zueinander gefunden und die Blonde. Ich, Leute, also jetzt vor allem im Dschungelfieber und so, weiß ich den Namen erst recht nicht mehr. Aber er hat ja mit so einer Blonden angebandelt und die, sagt man bundelt? Angebundelt? Und der geht es jetzt gleich gar nicht gut. Kannst du bei mir auch vier Bums reinmachen, bitte? Ich würde halt auch nicht trinken, wenn ich hartbroken bin. Also wenn mich sowas jetzt verletzt irgendwo, viel trinken ist dann schlecht, weil die Emotionen werden dann eigentlich ungezügelter und stärker. So, und die lecken uns einmal richtig rum, richtig intens. Und sie guckt einmal rüber, so hat sie gesehen und denkt, sich schwert in meine Brust. Der Franco. Der Franco, na, um den geht's, ja. Scheiße, das passiert ihr wohl öfter. Die hat einen Riecher für so Leute, die dann ganz schnell das Interesse verlieren. Für hier ist Bella leider zu gut für mich. Heißt, dass sie eine reine Seele ist und wahrscheinlich was anderes sucht als ich. Was tust du denn? Du willst ja einfach nur den Lümmel ab, ähm, nicht abpudern, sondern ab, 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 abnutzen. Davor hatten wir halt jemanden, der uns im Weg stand. Und das war die Blonde, Bella, ne? Kennst du das Sprichwort, man kann Menschen gut riechen und man kann Menschen nicht gut riechen? Äh. Ich kann nicht gut riechen. Mal gucken, wie lange. Also das kippt ja dann auch schneller als alle denken. Ich bin ja nicht nur am Lügen. Also nicht nur. Ich lüge schon sehr, sehr viel. Also wirklich sehr extrem viel. Aber nicht nur. Ich weiß einfach nur, glaube ich, wie ich die richtigen Worte treffen muss. Ich glaube, das kann er wirklich gut. Deswegen, ne? Würde ich da immer acht geben. Sagst du ehrlich? Ja. Ich fang an, richtig durch zum Lügen. Scheiße. Das ist übrigens eins der Hauptthemen dieser Doppelfolge. Die Maus hat sich wirklich verguckt in den Typen. Und er, Giovanni, Giovanni? Nein, der heißt nicht Giovanni. Giuliano. So rum. Und Giuliano hat sich ja aber um 180 Grad verändert, seitdem seine Freundin oder Verlobte Ariel drin ist. Und sie, reilt sie nicht, dass mit dem Einzug von Ariel sich irgendwie alles geändert hat und er immer den Kopf wegdreht und so? Ja, ich dich auch. Ja, ich dich auch. Wirklich richtig doll, Süße. Das ist halt das Problem, ne? Es tönt sie an, dass sie halt nicht so richtig auf sie zugeht, ja? Und damit ist Hopf und Malz verloren, weil sie steht drauf, wenn der Typ nicht so ganz verfügbar ist. Das bedeutet, es wurde nur noch schlimmer, um ihre Geilheit und ihre Gefühle, seitdem er abweisender wurde. Ja, die beiden hier finden dann doch auch in der Mundgegend zueinander. Ich muss nur sagen, ich finde die beiden irgendwie ganz hot. Allerdings, mich würde es kaputt machen. Wenn das mein Freund wäre und der würde da mit einer anderen rumlecken, ich würde dem, egal ob ich spiele oder nicht, ich würde den attackieren. Wirklich. Ich finde sie so unsympathisch, das habe ich schon lange nicht erlebt. Und eigentlich wäre der gar kein Typ dafür. Du findest sie unsympathisch. Also es hat nichts damit zu tun, dass sie jetzt mit deinem Typen rumlecken und so weiter. Das ist einfach so passiert. Sie ist ja einfach unsympathisch wegen ihrer Art, ne? Genau. Du versuchst jetzt nicht gerade deine Mordgelüste zu kanalisieren, ne? Sie wirkt jetzt aber nicht so, als würde sie sich jetzt riesig darüber freuen, ne? Sie ist so, ja, geht mir auch so. Ich freue mich richtig über dich. Irgendwie gefällt mir die Strategie nicht mehr so sehr. Ach so. Weil du das nicht wolltest, ne? Dass der mit der da rumschlägt, ne? Vor deinen Augen. Das ist ja eine Wüste. Ja. Sie ist gar nicht so hässlich. Ich glaube halt, dass sie in dir auch gewisse Komplexe weckt. Wenn ich ganz ehrlich bin. So. Und wer ist da jetzt im Bett? Ich weiß nicht, da müsste mir helfen. Sind da wirklich der Nico und die Ariel zusammen pennen gegangen und haben weiter rumgemacht miteinander? Die hat auch eine Nasen-OP jetzt gehabt. Also nicht jetzt, sondern die hatte mal eine Nasen-OP. Und ich habe halt die Theorie vorher gehabt, dass das Tattoo halt sie vor einer Nasen-OP ist. Der Giuliano hat ja hier ein Tattoo. Aber die Nase passt halt noch nicht, ne? Also ich löse das Rätsel mal, es ist seine Mutter. Aber die sieht wohl auch Ariel ähnlich. Was ja auch sehr typisch ist, auch in der Psychologie erklärbar. Meine PsychologInnen, hier als ZuschauerInnen, kann das ja alle sehr wohl wahrscheinlich bestätigen. Wir suchen uns ja schon das oftmals, was wir kennen, ne? Also ich finde, da ist gar keine Ähnlichkeit da. Aber selbst wenn da Ariel stehen würde, sie wäre so, also ich sehe doch gar nichts, ne? Also der Giuliano ist meiner. Ja, ganz ehrlich, selbst wenn es so ist. Also selbst wenn das Ariel ist. Und selbst wenn die miteinander verheiratet sind, ist mir doch egal. Ich laufe lachend in die Kreissäge. Sie ist auch ein bisschen gemacht, so wie ich. Die ist ein bisschen gemacht. Wir sind ganz dezent. Hat der Doktor da mal nachgezogen, nachgeholfen. Aber ganz einfach, ne? Auch ein bisschen geschminkt und auch hübsch und so. Sie ist ja auch so eine Hübsche wie ich. Wir sind ja beide hübsch. Sie rätselt halt, ob wirklich das auch der Typ von Giuliano sein könnte, ne? Aber so von der Art, die sind halt ganz unterschiedlich. Und ich glaube einfach nur, dass das ein Giuliano sei Typ, Frau zu werden. Weil du es bist, oder was? Also sie geht davon aus, sie, die da zufällig zusammengewürfelt wurde mit ihm in so einer Show, ist jetzt so die Messlatte für das, worauf er steht. Ja, und Ariel kann es ja gar nicht sein, ne? Also die ist, die ich auch ein bisschen gemacht, aber die ist halt hässlich gemacht, ne? Meine kleine Theorie ist, dass Giuliano und Ariel zusammen sind. Aber Ariel halt einfach charakterlich sehr ekelhaft ist und wirklich einfach wahr ist. Und dementsprechend er gesehen hat, dass es hier auch schönere, innerlich schönere Frauen gibt. Boah, die tut mir auch richtig leid, ne? Das Ding ist, sie macht sich halt selber hässlich. Also guck mal, du hast dich doch freiwillig dazu entschieden, in dieser Show mitzumachen, ne? So, und jetzt merkst du, es geht dir irgendwie nicht gut damit. Und anstatt dann einfach die Konsequenz zu ziehen und zu gehen, erniedrigst du jetzt eine Ariel, die überhaupt nichts falsch gemacht hat, die auch überhaupt nicht wahr ist oder eklig oder whatsoever. Und du weißt auch ganz genau, dass du sie gerade nur runter machst, damit du dich ein bisschen schlecht, äh, besser fühlst. Kennt ihr das, wenn die im Interview genau die Fragen stellen, über die du reden willst, aber du denkst so, du willst gar nicht drüber reden? Aber über meine Nasen-OP möchtest du reden? Darüber redest du, also meine Nasen-OP ist theoretisch das Thema für dich, du hässliche. Wie sie sich verhält, hat sie Komplexe vielleicht, weil sonst würde man nicht aufs Äußerliche gehen. Hat sie recht? Also ich meine, Ariel ist ja super jung, aber sie zählt halt wirklich eins und eins zusammen und das ist es ja. Sie denkt, ich bin mit Giuliano verkappelt. Wieso geht sie dann auf mich und nicht auf Giuliano? Es macht keinen Sinn. Es macht Sinn, weil sie möchte dich einfach eliminieren. Verstehst du? Sie möchte dir das Leben nehmen. Wenn sie könnte, würde sie das machen. Aber so viele Sachen, wo ich mir denke, oh, nimm mal ein Buch, Nianz. Ja. Die muss jetzt halt wirklich einmal richtig niedergemacht werden. Sie ist nicht nur hässlich, sie hat auch einen schlechten Charakter und dumm ist sie auch. Also sie ist einfach widerlich. Aber weißt du, wenn sie in Wirklichkeit, in deinem Kopf, so widerlich wäre, dann würdest du dich gar nicht so aufregen. Das bedeutet, eigentlich findest du sie ganz schön toll. Was laberst du für eine Scheiße? Alles, was ich denke, sagt dir in deine hässlichen Fresse. Ich genauso. Ich genauso. Ich habe doch gesagt. Wieso kommen andere zu mir und sagen mir, du kommst über mich reden? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin voll auf Ariels Seite. Also obwohl sie so jung ist und obwohl sie mit Giuliano auch so echt ihre, hier, ich zahle dir das Heim und so weiter Momente hatte, sie kontrolliert hier die Situation. Darf ich das nicht? Nein. Wer bist du? Wer bist du? Aber dann red doch in meiner Fresse. Ich habe es dir gesagt. Meine Theorie sage ich dir ins Gesicht. Junge, wer bist du? Wer bist du? Also die Vika blamiert sich in meinen Augen. Und zwar richtig doll. Richtig, richtig doll. Das sind ihre sekundären Gefühle, die sie gerade zum Vorschein bringt. Aber ihre primären sind, sie fühlt sich wie eine hässlige Wurst ausnehmen, Marielle. Charakter kann so abartig machen, so hässlich. Ich habe die von Weitem gerochen und dachte mir, boah, nee. Und das ist halt das Gleiche, was mit dir auch passiert. Du machst dich gerade richtig, richtig hässlich, weil du es nicht schaffst, über diesen Dingen zu stehen. Ich rede lieber über mich selber. Ich bin spannender als die. Ey, die hat es voll drauf. Können wir bitte über mich reden einfach? Soll ich noch irgendwas erzählen? Also ich habe so viele Sachen zu erzählen, Leute. Hässliche Kari. Ja, ja, komm, geh. Ne, auch da. Sie beleidigt sie halt nicht zurück, sondern ist so, ey, geh einfach. Weißt du, ich weiß, du findest mich geil. Verstehe ich bei Weitem, dass sie unsicher ist, wenn sie jetzt mich ansieht und sich ansieht? Also, man kann sie ja auch nicht verübeln. Ich meine, guck mich an. Ich bin ein Ferrari mit Stickern und guck dir sie an. Sie sieht aus wie SpongeBob. Also kann ich ihr fast nicht böse sein? Ich kann ihr wirklich nicht böse sein. Ich bin halt einfach gut geraten. Versteht ihr? Da sind viele sehr, sehr sauer da. Es ist überhaupt so, aber steh drüber, Alter. Versuch ich, versuch ich. Was denkst du, die haben mich auch gewarnt vor so viele Zeit, Typen, so und ich fall genau drauf rein. Ja. Die macht sich sowas vor, ne? Ich wäre an seiner Stelle auch ein bisschen pissig auf sie, ne? Ich wäre so richtig so, Girl, du weißt doch, dass ich dein Freund bin und dass alles gut ist. Warum kackst du hier gerade so rein? Also, so vor allem, als wenn du da reingefallen wärst. Du suchst doch den Stress mit ihr. Sie fühlt sich sehr, sehr gut an. Es fühlt sich sehr gut an, mit ihr zu schlafen. Es fühlt sich sehr gut an, sie in meinem Arm zu halten. Ja, es ist beliebig oft auswechselbar. Sie kann das mit jedem. Verstehst du? Es ist nichts Besonderes, wenn du das jetzt denken solltest. Wenn ich rausgewählt werde und da vorne stehe, mit wem auch immer, ich glaube, ich kann ihn nie wieder angucken, wenn er wirklich Single ist. Er ist wirklich Single und er hat aber auch dann selber Schuld. Er weiß ja, dass das in dieser Show passieren kann. Also, ein bisschen Verantwortung für sich selbst trägt hier auch jeder Einzelne, ne? Scheiße. Was hab ich mir nur angetan hier? Ah, nein, ist doch was Schönes. Ja, ist voll was Schönes. Mit einer verheirateten Frau zusammen zu sein, Gefühle zu entwickeln und dann in Kürze einmal richtig enttäuscht zu werden. Das ist so toll. Das ist ganz was Schönes. Ich will ihn nicht verletzen. Oh. Aber du machst ja auch immer weiter, weißt du? Gehen willst du halt auch nicht, verstehst du? Du machst dann einfach gerne weiter und das ist okay. Ich will dich halt hier nicht drin verletzen oder so. Alles gut, tust du nicht. Er tut jetzt so, als wenn alles okay wäre, aber es ist nichts okay. Ich kann mir zum Beispiel, glaube ich, nicht vorstellen, außerhalb, dass es halt zu einer Beziehung kommen würde. Und er ist halt einfach ein bisschen doof gerade, ne? Er ist so, nee, 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 hab ich mir auch gedacht und so, find ich auch gar nicht schlimm. Alles gut, super. Und uns erzählt er im Interview, ja, es tut richtig meh, ich hab mich jetzt nicht verliebt und so. Wo ich mich so denke, warum sagst du ihr denn nicht, was du fühlst? Warum tust du so, als wenn es cool wäre? Wirklich alles gut, weil ich denk, glaube ich, auch irgendwo so. Äh, nee, du denkst einfach gar nicht so. Du denkst ganz anders. Du siehst euch beide schon vom Traueraltar, was auch in Ordnung ist, weil sie ist eine verdammt gute Schauspielerin. Ja, mich fackt das auch mein Herz so richtig am Rasen die ganze Zeit. Mich hat es schon getroffen, safe. Aber ich wollte es dir nicht zeigen. Warum auch, ne? Du brauchst dir keine Sorge machen. Das ist hier mein kleines Herz, wo ich so das mache. Aber genau das tut sie. Und dann macht sie einfach weiter, weil sie denkt, ach so, er steht da rüber. Äh, äh, du bist meine Baby-Mama. Baby-Mama? Du bist meine Baby-Mama und sie turnt das an? Diggi, du hast ein Baby-Papi zu Hause, du bist verheiratet mit dem. Ich verstehe das nicht. Sehr wichtig ist, dass er verstanden hat, dass ich keine Liebesgefühle für ihn habe und wir es beide offen ausgesprochen haben und es geklärt haben, dass es nach der Show definitiv zwischen uns nichts geben wird. Sie erinnert mich daran, dass wir in Deutschland in einem Vertragsland sind. Sie so, ich habe es jetzt ausgesprochen, dass es auf der Liebeslinie nichts geben wird. Also machen wir uns weiter auf der, keine Ahnung, wir sind verliebt in der Honeymoon-Phase. Und ich tue jetzt so, als wenn das mal ein neuer Boy wäre. Aber ich empfinde gar nichts für ihn und entwickle auch nichts für ihn, weil ich bin einfach ein Roboter. Ich kann das alles steuern. Super. Wenn mal eine dabei ist, die mir besser gefällt, wäre ich offen für mehr, aber war bisher halt noch nicht dabei. Das ist so der typische Vermeider-Move, ne? Typische Vermeider-Aussage. Also ich bumse jeden Tag ein anderer und da war jetzt in den letzten zehn Jahren aber gar keine dabei, die so richtig ist, ne? Aber wenn es dann irgendwann mal kommt, irgendwann in 20, 30 Jahren, dann bin ich bereit. Mhm. Ich erwarte schon so drei, vier, fünf Mal in der Woche. Sie ist die Neue. Sie ist die Neue, die da eingezogen ist. Sie erinnert mich fürchterlich an eine Freundin, die ich sehr, sehr mag. Und für diesen Pablo, oder wie der heißt, ist das nix, weil er meint, sie sieht aus wie eine deutsche Steffi oder eine deutsche Katrin, so eine deutsche Mutti. Und das ist nix für ihn. Hört sich ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen? Die ist halt zu natürlich, ne? Ja, jetzt sollen die Leute in der Runde raten, wer denitiv Single ist. Und die sagen einfach Arthur und Laura. Weil Laura ist einfach so gut als Schauspielerin beziehungsweise darin, keine Gefühle aufzubauen, dass alle wirklich denken, sie sei Single. Ja, es ist verrückt, dass von den anderen gewillt wird und sagt, okay, wir glauben dir zu 100 Prozent. Ja, denk mal drüber nach. Ich fände das gar nicht cool, wenn ich in der Lage wäre, so zu sein. Wirklich nicht. Da mit einem auf Folge 7 sein, während mein Mann zu Hause ist. Also, nee. Ich finde es aber auch krass, dass ich ehrlich bin, wenn jemand mit seiner Freundin hier reinkommen kann. Ich finde es heftig. Also, es geht ja wirklich nur darum, dass sie einfach gay-geist sind. Ist auch so. Ist auch so. Das ist sonst keine wahre Lieblende. Ist auch so. Warum sollen die dann sonst reinkommen? Aber das ist so. Die sind auf ein Vierer-Date geschickt worden und sie sagt einfach gar nichts, ne? Sie ist so, ist das ethisch-moralisch verwerflich, dass ich jetzt hier bin und dass ich dir das Herz breche und so? Und dass ich auch meinem Mann irgendwie das Herz breche, weil dem taugt es ja eigentlich auch nicht so, dass wir dieses Modell fahren. Wenn das so ist, Bruder, dann bin ich auf mich selber, Bruder. Sehr, 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 sehr traurig auf mich selber, Bruder. Er kommt jetzt so langsam dahinter. Oder es könnte halt wirklich sein, dass Laura eine vergebene Frau ist und dann wäre er sehr, sehr traurig auf sich selber. Ganz zwei Tage, Bruder. Tag am Tage gehen, Bruder. Drei, vier Tage, Amara. Jetzt sind wir eine Woche schon hier. Amara, komm. Er zählt jetzt so eins und eins zusammen und er wollte sie eigentlich schon längst mal geschallert haben, aber sie erzählt ihm seit drei Wochen, sie hätte ihre Tage. So. Und jetzt zählt er endlich eins und eins zusammen. Ich habe noch nie in meinem Leben so einen langweiligen Mann kennengelernt wie Nico. Jetzt haben sie Streit, weil er wollte sich heute auch nicht mit ihr verkappeln. Er wollte sich mit einer anderen verkappeln und jetzt auf einmal, also bis gestern war sie noch total flattered, hat sie mit ihm rumgeleckt und so weiter und jetzt passt ihr das auf jeden Fall nicht mehr. Er ist so langweilig, ich sage es euch. Er ist so ein langweiliger Mensch. Ariel, fuck mich bitte nicht ab, ohne Scheiß. Was du weißt. Ich habe meine Vermutungen, ich habe meine Indizien. Jetzt ist hier ein kleines Drama entstanden und zwar hat Nico der Ariel ja diesen Korb gegeben und ich glaube, er unterstellt ja auch, dass sie mit Giuliano zusammen sei und sie legt da einfach ein Schauspielstück hin und heult und spielt halt vor, sie sei gekränkt, weil Nico sie abservieren würde und sie hätte schon Gefühle für ihn entwickelt. und sie spielt das Ganze so gut, dass sogar Giuliano eifersüchtig wird und abbrechen will, weil er meint, er sieht in ihren Augen, dass sie sich in Nico verknallt hat. Also ich sage euch Leute, Film! Wie du mich filmst, vor allem, weil er gesagt hat, so gefühlsmäßig ist er bei mir. Also sie ist einfach eine richtig gute Schauspielerin, oder sie ist traurig wegen was anderem und kann das so gut da reinleiten oder aber sie hat sich wirklich in den Nico verknallt. Sie hat mir einfach charakterlich sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen, und wie ich bei dir gefühlt habe, da hat eigentlich alles gepasst. Ach, er ist einfach... Und die glauben das, ne? Der hat sich jetzt die Neue gekrallt, also hier passt alles. Ich habe mit der Henriette hier drei Minuten geredet, ey Leute, und da passt einfach alles. Also der ist auch so begeisterungsfähig, ne? Das ist die Neue an meiner Seite. Wie heißt sie nochmal? Henriette, ja, da passt einfach alles. Ey, das ist so geil. Geh jetzt. Ja, jetzt knutscht sie auch mit dem Franco und das wird ein böses Ende nehmen, das sage ich euch. Sie muss aufhören mit diesem vor mir. Ach so. Er hat jetzt ein ganz großes Problem, weil auf einmal ist Küssen vor dem Partner nicht mehr cool. Obwohl er ja sogar mit der Nadja vor Ariel rumgemacht hat und er ein komplett anderer Mensch war, bevor Ariel eingezogen ist. Da klebt er nämlich so an, Nadja. Mach doch bitte mit dem Franco, weil du Hasselche. Du Hasselche. Du Hasselche. Warum machst du rum mit Franco? Du Hasselche. Ich will gleich sprechen, Mann. Die spinnt komplett. Die dreht durch. Er ist so peinlich, ne? Weil jetzt gefällt ihm das auf einmal nicht mehr. So, das sind mir die Liebsten, ne? Er selber hat sich da gegönnt, bis zum Gehtnichtmehr, und jetzt auf einmal will er abbrechen, weil Ariel hat ja mit Franco rumgemacht und mit Nico. Ich hab dich so blamiert vor ganz Deutschland. Du hast dich selber blamiert vor ganz Deutschland. Ich finde, sie hat sich gar nicht blamiert. Ihr beide bitte Deutsch sprechen, sonst verstehen wir euch nicht. Ach, ich find's eigentlich ganz nice, wenn die Schweizerdeutsch reden. Man versteht die doch. Mach ich das auch? Sollte ich auch zu den anderen Nadja einfach raufgehen und einfach mit ihr rummachen? Das wäre mir sogar mal lieb, ja? Anstatt immer mit nur einer. Ja, weil, wenn du nur an Nadja klebst, dann ist das verdächtig, verstehst du? Dann könnten da Gefühle sein. Also leck doch gerne mal mit mehreren rum, weil dann würde der Plan quasi aufgehen. Und ich hätte nicht das Gefühl, dass du dich in eine irgendwie verguckt hast. Was klebst du denn an Nadja schon seit Tag 1, du hässlige A? HÄSSLIGA! Bist du eifersüchtig, so krass? Du einfach mir wolltest alles zurückgeben. Sicher bin ich eifersüchtig. Aber ich kann doch nichts dafür, dass sie so auf mich steht. Ich kann auch nichts dafür, dass sie auf mich steht. Verstehst du? Ich hab ihr ja gar keine Signale gegeben. Da kann ich gar nichts dafür, du hässlige. Aber wieso fickst du meinen Kopf so? Ich fick ja deine nicht. Sie fickt deinen Kopf. Nadja fickt deinen Kopf. Aber ich nicht. Nee, so kann man das nicht sehen. Du stehst ja zur Verfügung. Also wenn Nadja alleine sich denken würde, sie fickt jetzt Ariels Kopf, würde sie nicht weit kommen, weil sie braucht dich dazu. Und du liegst ja immer in ihren Armen und knutschst mit der und keine Ahnung. Verstehst du, was ich meine? Also du fickst den Kopf selber. Ich bin so ein guter Mensch. Ich hab das nicht verdient, Alter. Ach, du hast genau das verdient. Wie du ihr, so sie dir. Pech gehabt, Alter. Kann ich mit einer, zwei einer Frau zusammen sein? Mhm, guck mal. Er hat ja gar nicht rumgeleckt, ne? Und in dem Moment saß Ariels gegenüber. Also er hat auch ein bisschen Gedächtnisschwund. Pack deine Koffer um, geh. Juck mich nicht, juck mich nicht. Ich möchte meine Koffer umgehen. Ihr könnt euch ja vorstellen, ob es ihm geht oder nicht. Aber, ja, er will jetzt auch Schluss machen. Also so ein Riesenbaby ist dieser Mensch. Gerade er, ne? Da denke ich so, das geht gar nicht, Junge. Du kannst das dir nicht erlauben. So, und jetzt geht es los mit der Folge 7. Vor mir mit so einem widerlichen Typ, der zu hässlich ist. Guck, und er, weil das hatte ich ja mit Chiso letztens im Bachelor-Review, dass er nicht verstanden hat, warum Menschen andere abwerten, um sich besser zu fühlen. Er ist jetzt da völlig gekränkt, ne? Hätte eigentlich gar keine plausible Erklärung, seinen Mund aufzumachen, weil er selber genau das Gleiche ihr angetan hat. Aber er fühlt sich jetzt so gekränkt und wahrscheinlich hässlich und minderwertig und nicht genug und hat Angst, sie zu verlieren und bla, 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 bla. Dass er jetzt den Franco erstmal schlecht machen muss. Und ganz ehrlich, der Franco sieht nicht schlecht aus. Ne? Und das weißt du auch selber und der Nico auch nicht. Ne? Aus den Augen mancher sehen vielleicht sogar beide besser aus als du. Und ich glaube, aus deinen Augen erst recht. Und deswegen musst du die gerade niedermachen. Und das ist ziemlich schwach. Das Game war, wir machen rum, überall ein bisschen und keine emotionale Bindung. Ich würde halt sagen, sie hat sich sogar noch mehr an die Regeln gehalten, wenn das die Regeln waren, als er. Er vergisst, dass er auch von mir voll mich b***t mit dem, was er tut. Ne, also er macht das ja nicht. Das macht ja Nadja. Aber es ist ja keine nichts dafür. Was mache ich von dir? Ich bin nur mit dir. Ich küsse sie nicht von mir aus. Ich flirte nicht von mir aus. Ich mache nichts von mir aus. Warum? Hast du nie geküsst von mir? Nie? Nee, das hat er vergessen. Und von ihm, äh, von mir aus, macht ich nichts. Also ich grüsse sie nie. Aber wenn sie mir eine Zunge in den Mund steckt, ich mache mit. Ich mache nichts. So. Und dann passt das auch. Was ist nicht gut in deinem Kopf, bist du eifersüchtig? So krass. Was ist denn in deinem Kopf nicht in Ordnung? Du bist doch gerade eifersüchtig. Wie er das auf sie schiebt, ne? Also was ist denn in deinem Kopf nicht richtig? Bist du gerade eifersüchtig? Aber er rastet ja gerade aus und will Schluss machen, weil er eifersüchtig ist. Das ist so lustig. Also eigentlich könnt ihr immer gucken, dass wenn Menschen euch Sachen in den Kopf werfen, dass die das eigentlich selber fühlen, ne? Ja. Wenn ich das so auf meine letzte Beziehung beziehe, weiß ich noch mehr Bescheid. Also das ist einfach, man hat doch sonst keinen Grund, Leuten irgendwas Schlechtes zu sagen. Was ist mir ohne Witzwesen? Ariel. 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 Hast du gemerkt, dass du reingeschissen hast und dass du übertrieben hast, ne? Zum Glück nimmt das ihr in den Arm. Valeria. Valeria, ich liebe dich. Achso, sie heißt gar nicht, Ariel. Es ist alles eine Lüge. Valeria, ich liebe dich doch. Du bist gar nicht so eine Rettkrieg. Und außerdem will ich gar nicht Schluss machen. Ich sehe ja nachher im Fernsehen, wie du mit den anderen dann geredet hast, so voll tief in den Augen geschaut und so. Ja, aber das ist ja, weil wir einfach in unserer Beziehung arbeiten müssen. Mhm, genau. Vielleicht arbeitest du erstmal auch gelöst von ihr an deiner Psyche. So, damit du auch nicht mehr so doppelmoralisch unterwegs bist, mein Lieber. Aber das kannst du bei mir nie. Oh, sie denkt, er würde sie niemals so angucken. Oh, und jetzt wird es interessant. Einmal Popcorn, bitte. Ja, genau. Ihr wollt heiraten? Okay. Ja, jetzt sag halt. Ich werde jetzt echt sehr aggressiv. Nee, wir lassen es einfach für heute, okay? Ja, genau. Also sie merkt, dass irgendwas nicht in Ordnung ist und er sagt, ja, irgendwas stimmt auch nicht. Er bestätigt das ja auch irgendwie. Aber lass mal morgen darüber reden. Richtig geil. Ich kann doch nicht so böse sein. Ich würde so gerne helfen. Ich würde so kein Drama machen. Also ich würde mich so gerne auf ihr Geheide konzentrieren, aber er sieht da in seiner Unterhose echt sexy aus. Also nochmal zu ihr. Okay, Sibel kann Drama machen. Ja, aber du hast allen Grund, Drama zu machen. Es ist nicht safe. Es ist nicht safe, Schatz. Oh man, das muss so schlimm sein, ne? Ganz ehrlich, ich würde dieser Show nicht mitmachen. Vika und Nico haben sich geküsst und Nico fiel es aber schwer irgendwie mit jemandem weiter so zu gehen. Weißt du, jemand weiteres oder anderes zu küssen. Aber die haben noch nie das Bett geteilt. Mhm. Vika und Nico finden sich irgendwie geil, aber sie haben nie das Bett geteilt. Sind die vielleicht zusammen? Ey, die Leute sind ja echt gut. Ich würde da drin gar nichts rein. Ich würde wahrscheinlich jeden Tag besoffen sein und mir so denken, okay, äh, keine Ahnung, wo ich hier bin. Wenn es jetzt mit uns nicht klappt, magst du mich trotzdem noch? Das weiß ich nicht. Er versucht bisschen, bisschen Verantwortung zu übernehmen und er ist so, also wenn das jetzt nichts wird zwischen uns, einfach so von heute auf morgen, weißt du, was ich meine? Bist du dann sauer auf mich? Können wir dann vielleicht trotzdem irgendwie befreundet sein und so was? Nein, darf ich ja gar nicht wegen Ariel alias Valeria. Okay, das geht auch nicht. Egal, und dann fragt er sie 300.000 Mal, aber bist du jetzt sauer auf mich? Wo ich mir so denke, Giuliano, bist du zwei? Oder vier? Ich sag's dir ehrlich, ein Mann so geöffnet hat, mir fällt schon lange noch mal. Ja, das ist natürlich richtig bitter. Warum hast du schon abgeschlossen? Ja? Ja, komisch, ne? So jetzt auf einmal. Zähl doch mal eins und eins zusammen. Ich hab keine Zeit für das. Ich hab keine Zeit für was Ernstes. Das ist ihm jetzt auf einmal aufgefallen, ne? Das ist jetzt so, nee, weißt du? Ich hab das jetzt gemerkt, seitdem Ariel da ist, das geht nicht. Aber es liegt nicht an ihr. Wirklich, lass mich das Geld gewinnen, bitte. Ja, der wahre Grund ist einfach, dass ich das nicht mehr, das so schwierig ist, das noch zu spielen, weil ich sie nicht verletzen will. Maus, der Zug ist abgefahren und der ist so doll und schnell davon gedüst, das kannst du gar nicht übersehen. Ja, was waren denn die letzten Tage? Was meinst du? Du willst ja ausrasten, ne? Was ich meine, also bestimmt nicht das Gewitter in Florida oder den Sandsturm in Afrika, warum du die ersten Tage so getan hast, als wenn wir auf Wolke 7 wären und jetzt auf einmal drehst du dich um 180 Grad vielleicht? Vielleicht meine ich das? Wir wissen weiter, was das war, das war ja nicht gefakt. Achso, das war nicht gefakt. Okay, und warum ist das jetzt auf einmal weg? Steht auf, geht, lässt mich wieder sitzen. Du bist ihm halt auch irgendwie egal, weißt du? Merkst du es nicht? Ich fühle mich einfach komplett verarscht. Mausi, wurdest du auch. Aber das wurde halt gemacht und, äh, weil es die Show ist, weil, guck mal, da ist so eine Nahrungskette, weißt du, RTL verdient damit Geld, ich verdiene damit Geld, die Zuschauer werden dadurch unterhalten und so. Du hast es für einen guten Zweck gemacht. Boah, Mausi, oh Mann. Wenn ein Mann wirklich rauskommt, dass er vergeben ist, also dann. Dann, werde ich es trotzdem nicht wahrhaben wollen. So wahr ich hier stehe, ich bleibe dran. Heute gebe ich auf jeden Fall voll Gas. Nettie ist back im Game. Geil. Geil, okay. Sie hat sich erholt und sie gibt Gas. Ich weiß, dass ich eine hübsche Frau bin. Mir werden die Männer in Schaden hinterher, also ganz ähnlich, dann sollen, dann soll er einfach gehen. Ich finde, das ist die richtige Einstellung. Wirklich die richtige Einstellung. Der Entschluss steht so zu 100% fest. Nee. Ja, wie nee. Okay. Deswegen sage ich immer Blocking statt Shocking. Halt wirklich auch in dieser künstlichen Atmosphäre, damit du dir sowas nicht nochmal anhören musst. Verstehst du? So, weil jetzt auf einmal denkt er sich, oh, vielleicht könnte ich doch noch weiterspielen und ich mache doch ein bisschen Hoffnung wieder. Schmiedsfarben halten auch noch. Nein, ich habe gesagt, dass es vielleicht ein bisschen überreagiert war von mir. Hoffnung ist dein schlimmster Feind. 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 Du musst die Hoffnung loswerden, weil sonst bist du diesem ganzen Scheiß ausgeliefert. Das ist jetzt eine künstliche Situation, aber so im wahren Leben. Hoffnung ist das Problem. Weil eigentlich kann ich mich schon ganz gut leiden. Das ist ja, das weißt du ja auch. Ja, und jetzt redet sie sich das wieder schön, aber er will sie ja nicht verletzen. Ich habe ihn missverstanden. Mich freut es gerade richtig, dass er das so gesagt hat. Ja, ja, du hast alles falsch verstanden. Es lag einfach an dir. Weißt du, du hast alles falsch verstanden. Es war nur ein Traum. Ja, bei dieser Gedanke tröstet sie jetzt natürlich. Sie ist so, oh mein Gott, ich muss gar nicht mehr leiden. Hey, es ist vorbei. Geil. Ja, ich bin eurer selben Meinung. Ja, ich glaube auch. Das war super auffällig. Ja, weil Vika und Nico stehen beide auf Techno. Und wenn das mal nicht ein Verrat ist, dass die beiden ein Paar sind, dann weiß ich auch nicht. Habt ihr schon mal zwei Leute gesehen, die beide Techno mögen und nicht zusammen sind? Ja, schauen nicht. Ich kann jetzt mal kurz hinsetzen, kurz kurz mit. Ja, komm. Das ist nice, das ist nice. Das feier ich. Sie ist halt ein bisschen auf den Kopf gefallen. Also das, was sie Ariel oder Valeria vorgeworfen hat, dass die noch nie ein Buch gelesen hat, hat die wahrscheinlich selber nicht gemacht, weil deren Plan war es, dass sie nicht auf Techno steht und er ja, damit es nicht so auffällt. Aber sie hat sich als die Technobraut, die Technokönigin verkleidet und macht es eigentlich nur noch schlimmer mit jeder Aussage, die sie tätigt. Ja, das ist richtig geil. Oh geil, ich liebe Techno. Ja, ja, ja. Achso, ich soll eigentlich so tun, als würde ich es nicht mögen, naja, egal. Vika bleibt da nicht in ihrer Rolle, dass sie halt gar kein Techno feiert eigentlich. Das vergisst sie dann irgendwie manchmal, dass sie sich da ein bisschen verstellen muss. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, es tut mir sehr leid. Die würde mir so auf den Sack gehen, ne? Wirklich. Also die Situation ist nicht einfach, aber dann geh und mach nicht so ein Eiergeschaukel. Ich hab dir gesagt, ich kann mich nicht zusammenreißen und guck mich so böse, so auffällig. Flirte mit mir, die sind gerade voll am Feiern. Das ist aber noch offensichtlicher. Ich bin ein bisschen genervt tatsächlich, muss ich sagen. Ich war so hart genervt von ihr und dann auch so, ja, jetzt egal, alle Regeln hab ich gebrochen und aber jetzt tu so bitte, als wenn wir hier eine richtig geile Party haben. Flirte mit mir. Ich könnte das nicht so aufkrampf. dass ich endlich mal vor dir weinen kann, in dem Real sein kann. Das ist wirklich schön. Ich weiß, heute ist nicht so, es fällt mir gerade dadurch so viel leichter. Ich bin wirklich mal. Irgendwie war auch schön, die wieder miteinander zu sehen. Sie sieht halt so aus, als wenn sie, weiß ich nicht, so halb verschollen gewesen wäre und jetzt gerettet wurde. Es ist endlich vorbei, sie hat richtig gelitten. Er hat ja nicht so gelitten, ne? Merkt ihr das? Äh, ja, so ein Pfirsich sieht ganz gut aus. So ein bisschen Mango finde ich ganz nice. Mareike ist auf Woche 7. Sie hat ein Date mit diesen zwei Männern und ja, das hat auch einen Grund, weil sie wird später entscheiden müssen, wer von beiden ein Faker ist. Danke. Mh. 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 Und dann gehen wir zum FSK 18 Part über. Also, das wirkt hier schon so ein bisschen wie so ein kleiner Pornofilm, findet ihr nicht? Und sie fühlt es auch voll. Sie ist so, mh, steck mal die Erdbeere in die Puppe. Mh, gleich zwei von euch hier. Warum liegt hier eigentlich Stroh? Ich bin voll der Knutscher halt. Also, ich liebe es zu knutschen. Und die beiden so, okay, Wayne. Wayne interessiert das jetzt. Sie will einfach mal geleckt werden oder geknutscht werden, aber die beiden sind so, ja, schimpfe nicht. Also, ich gehe gerne wandern. Grußen wir auf dich an und danke fürs Geld. Danke gerne. Danke auch. War wirklich schön. Ja. Und bei mir auch. Aber gibst du uns noch. Ich gebe euch ein bisschen. Okay, das hat mich richtig eingeturnt. Aber sowas von. Weil der Rechte hat verstanden, dass der Linke einen Kuss von ihm haben will. Und der hätte ihn sogar geküsst. Und das, oh, das ist hot. Hast du falsch gedeutet, gerade? Ah! Oh, ich weiß nicht. Bruder, Tom. Ich hätte es gemacht. Boah, das ist schneis. Bi-Content, liken wir auch, ne? Ich habe die Entscheidung getroffen. Ich muss ja einfach nicht nur mich selbst schützen, sondern auch den Menschen, der mir am allermeisten bedeutet in meinem Leben. Und das ist in dem Fall die liebe Vika. Okay, leider, wir wussten das die ganze Zeit schon. Wir werden heute noch jetzt die Villa gemeinsam verlassen. Das ist Selbstschutz. Genau, also jetzt, wir haben auch genug von dieser Scheiße. Haben uns lang genug die arme Vika gequält. Also ich hätte hier auch noch drei Wochen bleiben können. Mich juckt das nicht. Sie hat ja eh nichts gemacht mit irgendwelchen anderen Männern. Also ich habe mich hier pudelwohl gefühlt, aber die arme ist, ne? Die braucht bald eine Infusion. Hätte er sich auch sparen können, weil der wäre heute eh gegangen. Sie hat halt für alles einen Kommentar, ne? Die so, wären doch heute eh rausgeflogen. Hätten die auch würdevoll sich rauswählen lassen können. Aber ganz ehrlich, das ist Liebe und das ist stark. Ich bin so, Ohne dich. Ich kann nicht. Guck mal, Mausi. Ich weiß ja nicht, ne? Also sie ist auf jeden Fall eine ängstlich klammernde Maus. Das ist so. Für sie ist das so ein Stress gewesen, dass sie nicht die Sicherheit von ihrem Partner hatte. Seht ihr das? Deswegen sage ich auch immer, Trashy, wir sind soziale Experimente. Sie ist, sie braucht erst mal, was weiß ich, eine Vollnarkose, damit sie wieder zu Kräften kommt. Die muss einmal richtig sich ausschlafen. Und dann ist sie wieder, hier, boah, ich laber heute so eine Scheiße, ne? Fahrtauglich, wollte ich sagen. Fahrtüchtig. Nein, aber die, die hat so einen Stress jetzt gehabt, ne? Weil die weiß ja, dass die beiden zusammen sind, aber trotzdem, das war ihr nicht genug Sicherheit. Und ihm hat das ja gar nichts ausgemacht. Der war ja so, der hatte ja viel mehr Beziehungsprobleme mit irgendwelchen Palomas dieser Welt, so, aber um Vika musste der sich, hat er sich gar keine Sorgen gemacht. Boah, wenn ihr hier rausgeht, bumst einfach erst mal richtig. Zehnmal, also zehnmal, wie einfach der alles. Der kann mich überall reinbumsen, kann er. Egal, ich will einfach geliebt werden. Nico? Mit ihr rede ich nicht. Okay. Das war schwach so. Finde ich auch ein bisschen unnötig. Weil Vika hat die meisten Probleme gemacht, würde ich jetzt mal so sagen, als Zuschauer. Jetzt mit der Valeria nicht mehr zu reden, ist auch echt ein bisschen übertrieben. Viel Spaß weiterhin auf eurem langweiligen Lebensweg. Ich wünsche euch eine ganz tolle, langweilige Beziehung. Ja, ihr Langweiligen. Und Arthur hat im Rahmen der Aufzeichnung ein Statement abgegeben, das gegen unsere Grundprinzipien verstößt. Wir stehen für Gleichberechtigung und Respekt und dulden keinerlei Diskriminierung in unserer Sendung. Daher muss der Arthur das Haus verlassen. Er bedauert seine Äußerung sehr und wird in der Wiedersehen-Show am 20.02. Stellung beziehen. Ja, Mensch. Das ist doch schön. Also dem ist das dann auch dann gegen den Strich irgendwann gegangen, dass er so verarscht wurde. Wer soll meine Villa noch heute verlassen? Schlechten oder Sein? Ach, du meinst. Ach, süß. So, ich dachte, ich werde doch mal penetriert von den Beinen und jetzt muss einer gehen. Oh mein Gott. Ja, es muss einer gehen. Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich küsse eure Herzen. Das Video wird ganz früh im Morgen das Tageslicht erblicken und I love you. Kisses. 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 Bis morgen.